herzlich willkommen in der behaglichen zeit zwischen den jahren mein name ist oliver uschmann schriftsteller lektor ghostwriter journalist redenschreiber tagtäglich mit gutem text befasst oder hoffentlich gutem text befasst und wenn ich mache ich ihn gut wir haben hier einen text vorliegen in unserem videolektorats format in unserem reaction format von unveröffentlichten roman anfängen der schon auf den ersten blick auf die gemütliche zeit zwischen den jahren in denen ihr wahrscheinlich zeit habt euch so ein videolektorat anzuschauen passt denn er beginnt mit dem wort winter atem ist doch schon mal schön winter atem strich durch den dunklen korridor und die kerze in seiner hand flackerte erste sätze sind ja sowieso eine unglaublich interessante sache über die sich ganze doktorarbeiten schreiben lassen was macht ein erster satz wieso macht er das und hier würde ich sagen dies ist ein erster satz aus der kategorie atmosphäre schaffen ja es gibt erste sätze aus der kategorie mitten in einem dialog direkt wörtliche rede man weiß noch gar nicht wer spricht aber man hat sofort das tempo die dynamik und den konflikt einer eines gesprächs eines streits zum beispiel es gibt erste sätze die sofort die hauptfiguren und den konflikt einführen und es gibt erste sätze die fangen an durchaus szenisch mit einem detail dunkler korridor kerze in der hand flackern aber komplett nur mit stimmung es geht darum eine stimmung einzuführen ein setting einzuführen über die atmosphäre zu kommen sie also die kerze konnte die nacht so wenig vertreiben wie das gemäuer die kälte in seinen roben frierend lauschte er und als sich auf der anderen seite nichts rührte klopfte er nochmals so fest dass schmerz seine faust durchzuckte ich würde hier spontan sagen warum weiß ich gar nicht genau das schmerz seine faust durchzog als durchzuckte ob die kommas bei vor wie ob das komma vor wie richtig sitzt und ob hinter frierend in seinen roben frierend lauschte er eins hin müsste oder nicht nutze ich jetzt mal als appell an euch schreibt es mal in die kommentare wir haben ja eine 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 ganz wie sagt man der amerikaner vielleicht sagen eine gloomy stimmung ich finde aber auch gloomy und behaglich zugleich da ist eine robe da ist kälte da will jemand irgendwo rein wo jemand schon drin ist und das scheint recht dringend zu sein denn wenn man so fest klopft dass die faust schon weh tut dann ist doch hier ein kleiner konflikt schon gegeben oder zumindest eine dringlichkeit ja ja ich komme ja schon ertönt es jetzt also offensichtlich von innen von hinter der tür und ich persönlich habe hier eine assoziation die möchte ich kurz äußern da werde ich sicherlich zu einer minderheit gehören aber wenn ich den satz höre ja ja ich komme ja schon da muss ich denken an die langjährige sendung auf wdr5 wo ein kabarettist oder eine kabarettistin angela merkels vermeintliches privatleben immer so durch den kakao gezogen hat und das war der running gag da war dass sie in ihrer wohnung ein monolog führte und das endete immer damit dass jemand klopfte und sie sagte wirklich wörtlich ja ja ich komme ja schon so das ist jetzt natürlich für alle die das immer gehört haben auf beruflichen autofahrten eine assoziation die hier überhaupt nicht hinpasst und die einen ein bisschen aus der atmosphäre schmeißt wird sicherlich viele menschen nicht betreffen diese dieser dieser trigger sage ich mal mich aber schon und ich erwähne es einfach mal um ein bewusstsein dafür zu entwickeln dass es sätze gibt die in irgendeinem völlig anderen kontext der nichts mit so einer art von geschichte zu tun hat existieren und dann sofort im kopf von den paar tausend oder paar hunderttausend leuten auftauchen können die einst diese parodie gehört haben eine heisere stimme schlurfende schritte folgten schlurfende schritte ist natürlich eine alliteration zwei gleich klingende worte hintereinander kann man immer gut benutzen ist ein schönes gewürz man kann damit auch überwürzen aber ab und zu ist es einfach prima vor allem wenn der klang wirklich auch klanglich zu dem passt was er beschreibt ja und das ist hier der fall wird wenn du auf dem boden langsam so schlurfs und schleichst stellt euch das vor die füße vielleicht so in so alten filz hausschuhen hört sich das ja auch an wie schlurfende schritte ein knarzen ertönte und im schwall zwischen tür und rahmen erschien ein gesicht schöne filmische einstellung zerknittert und fleckig wie altes pergament kein ungewöhnlicher oder wahnsinnig neuer vergleich aber ein sehr guter bildlich der absolut gut funktioniert mein junger universal gelehrter der alte lachte rasselnd wobei sich die zuvor finstere mine aufhellte und öffnete ihm wir haben also offensichtlich in dem raum einen alten und vor der tür wird der so dringlich geklopft hat dass die hand weht hat einen jungen und haben damit die zwei figuren der szene jetzt eingeführt bist du gekommen um einem alten kurz der zu viel redet gesellschaft zu leisten der junge schmunzelte und trat ein hallo bertram und dadurch dass er schmunzelt ist jetzt aber ein bisschen von der dringlichkeit finde ich genommen es ist jetzt einfach so eine liebe behaglichkeit zwischen den beiden die sind sich vertraut offensichtlich er nennt ihn mit vornamen der gebrechliche adept war sein freund das haben wir schon allein durch schmunzeln und vornamen schon kapiert eine bezeichnung die nur auf wenigen an diesem ort zutraf welcher den salbungsvollen titel akademie der akkan wissenschaften zu everin trug so hiermit ist der ort eingeführt hier würde ich unbedingt die anführungsstriche weg machen also wenn ich einen namen betonen möchte als eigennamen dann mache ich entweder kursiv oder in anführungsstriche beides zusammen mit kanonen auf schwarzen schießen für gewöhnlich bereitete ist ihm keine schwierigkeiten die abende mit lesen zu verbringen wenn er damit der stillen gesellschaft der bücher vertraut heute war es anders das lesen brachte kein neues wissen sondern nur fragen alte quälende fragen aha hier haben wir offensichtlich den grund weswegen er so dringlich mit dem alten gelehrten sprechen möchte ich mache das mal gelb die bücher können ihm da keine antworten mehr geben auf die alten quälenden fragen hat er wahrscheinlich hoffnung dass der alte das kann die wiederholung von fragen ist ja natürlich keine wiederholung wie ich sie als wortwiederholung streichen würde sondern eine rhetorische betonung und dass es ihn quält sorgt dafür dass wir hier einen einen emotionalen konflikt haben das ist schon wichtig dass man auch in der ersten szene schon ein konflikt hat der ein bisschen fahrt rein bringt die junge du hast glück es ist der lieblingssorte schwertminze also ich weiß jetzt nicht ob in unserer welt hier und jetzt das ist ja offensichtlich eine ältere eine andere schwertminze existiert könnt ihr auch gerne in die kommentare schreiben wenn euch mit tee auskennt ansonsten ist dieses wort natürlich schon eine schöne assoziation zu einer historischen welt oder fantasy welt mit der wc wahrscheinlich zu tun haben eine schwertminze als ob ich es geahnt hätte dass du kommst moral hörst du mir überhaupt zu auch so jetzt haben wir den namen des jungen erfahren schöne beiläufige einführung bei namen bertram ist also der alte und moral der junge und man hört auch schon an den namen dass es sich eben hier meine ältere welt oder eine fantasy welt wie schon gesagt handelt sehr ungewöhnlichen namen vor allem moral mit zwei a was sicher murmelte er während sein blick in dieser wohlbekannten zuflucht umher schweifte ich betone noch mal sowas hier unterstreicht natürlich dass wir es hier mit einer mit einem personalen erzähler zu tun haben das heißt wir es ist in der dritten person geschrieben aber es ist wir gucken in den kopf von dem jungen mann von dem moral wissen wir stehen mit ihm vor der tür in der perspektive und es ist seine beurteilung des raumes seine emotion zu diesem raum wohlbekannte zuflucht eine wertung die völlig okay ist und ja deutlich macht er ist schon länger hier er ist vertraut regale bis zur decke an jeder wand die bretter bogen sich unter dem gewicht der bücher die sind dieses anhängen von weiter die situation spezifizierenden setzen ist immer gut liest sich immer auf eine eleganze art mühe los also zu sagen an jeder wand die bretter bogen sich unter dem gewicht der bücher ist halt eleganter als zu sagen in den regalen an jeder wand die bis zur decke reichten bogen sich die bücher bogen sich die bretter unter dem gewicht der bücher ist ja also so fast wie eine kleine aufzählung ist es ist lässiger weitere exemplare in stapeln auf dem boden das ist auch das man könnte ja auch sagen weitere exemplare lagen in stapeln auf dem boden das ist aber gar nicht nötig also dieses verkürzen dass hier nur steht weitere exemplare in stapeln auf dem boden auf dem wackeligen tisch und auf einem von zwei stühlen das ist im besten sinne cool und lässig diese art von verkürzung und raffung kann man immer machen ich mein wackelig wäre da muss man schon das eh dazwischen machen ein gemütliches heim wie er befand hier würde ich sagen hier bin ich jetzt mal spontan und sagt den brauche nicht dass er sich wohl fühlt ist schon rüber gekommen wohlbekannte zuflucht irgendwie ist durch seine gefühle schon klar geworden dass er sich dort im prinzip wohl fühlt obwohl es ja auch sehr kalt ist wie wir anfangs hatten das ist eine sehr deutliche wertung zu viel würde ich spontan sagen honig brüllte bertram und er zuckte zusammen nein danke gab er in derselben lautstärke zurück doch ein großer bernsteinfarbener tropfen befand sich bereits auf seinem weg hinab in die tasse der ist schön das ist zum einen ein gutes bild könnte ich kann man sich auch wirklich filmisch so vorstellen die kamera ganz nah an diesem an diesem honig der flüssig ist und da nicht golden sondern bernsteinfarben in die tasse tropft und auch hier eine schöne dreifache alliteration bernsteinfarben befand bereits an die ist doch nichts dran also dass die brüllen und rufen impliziert dass der alte in der zeit dieses abschnitts hier irgendwo hingegangen ist etwas weiter weg um die idee zu machen dass das wird nicht ganz so klar aber das kann man glaube ich trotzdem so tun man muss nämlich wege eigentlich nie erwähnen man kann die auch aus dem kontext heraus sich ergeben lassen an dir ist doch nichts dran siehst du du wächst zu schnell und wenn das so weitergeht wird ihr bald der wind durch die rippen auch hier ein schöner satz der ein bisschen mini konflikt ein bisschen reibung erzeugt der alte der ihm sagt guck mal du bist du bist eigentlich noch viel zu schwach warum ist er zu schwach er wächst sehr schnell also es ist ein junger mann es ist offensichtlich ist auf dieser akademie impliziert schon er ist jünger und wann wächst man schneller als man sozusagen angemessen zur größe zunimmt das ist wenn man jung ist das ist in der pubertät und in der adoleszenz wir haben also die klassische situation zwischen einem alten gelehrten und einem jungen adepten in einer akademie im winter mit vielen büchern mit altertümlichen namen und wir wissen jetzt durch die erste seite noch nicht ganz ob es nur in anführungsstrichen historisch ist oder ob es eine komplette fantasiewelt ist was ich vermute der einstieg kommt komplett über atmosphäre und über die einführung wahrscheinlich der zwei hauptfiguren er schafft die atmosphäre auch sehr gut er ist sprachlich elegant gemacht sauber gemacht nutzt schön den klang der sprache man merkt dass hier sich wirklich gedanken gemacht wurde darüber warum das also steht und wie es so klingt da ist nahezu kein gramm fett zu viel dran sehr effizient entsteht die stimmung man könnte eventuell überlegen ob es trotz der sache mit von wegen du bist zu dünn und trotz der sache dass er dringlich klopft und alte quälende fragen hat vielleicht ein tacken zu langsam ist der anfang aber das muss man auch gar nicht unbedingt werten sondern man könnte auch sagen ja er ist halt ein tacken langsamer das ist kein action reicher tempo einstieg und das impliziert etwas nämlich dass wir es hier wahrscheinlich nicht mit einem 100 prozent reinen leichten genre stoff zu tun haben sondern mit einer form von wahrscheinlich fantasy mystery fantasy die ein bisschen literarischer ist ein bisschen mehr up market ist und sich mehr gedanken darüber macht wie der text klingt und dass man an ihm auch was zu kauen hat denn es ist auch hier ein gewisser rhythmus schon zu spüren auf der ersten seite ein ganz bewusster sagt man der weg zu einer ganz eigenen handschrift ja ich hoffe doch diese folge hat euch gefallen schreibt mal in die kommentare ob ich was übersehen habe wie ihr den text findet was ihr denkt worum es sich hier handelt ich wünsche euch eine schöne restzeit im jahr und einen guten rutsch ins neue und einen guten rutsch ins neue